Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Fischfond. Fischfond FRZ, Fumet de Poison oder Fond de Poison dient als Grundzutat für diverse Fischgerichte. Klarer, reiner Fischfond wird ohne andere Gemüsezutaten als Zwiebeln oder Schalotten zubereitet. Als Grundlage eignen sich Gräten, Köpfe ohne Kiemen und Schwänze von mageren weißfleischigen Süß- und Salzwasserfischen, insbesondere von Plattfischen wie Scholle, Glattbutt, Seezunge, Rotzunge, sowie von Seeteufel, Seehecht, Rotbarsch, Wittling, Schellfisch, Forelle, Saibling, Flussbarsch, Hechtua, verzichten sollte man auf Fettfische wie Makrele, Lachs, Heilbutt oder Hering, diese machen den Fond ölig. Panzer und Köpfe von Krebsstieren dagegen verleihen dem Fischfond ein besonders köstliches Aroma. Für einen Liter Fischfond werden folgende Zutaten benötigt. 1 kg Gräten von Fischen mit weißem Fleisch Liter Wasser Zwiebel Knoblauchzehe Thymian Petersilie 5 Pfefferkörner 2 Pimentkörner 0,1 Liter Neulie Pret 0,2 Liter Weißwein Typ Riesling Sancher Gut Edel 5 Körnchen Meersalz Folgende Utensilien werden benötigt. Topf Feinsieb Schaumlöffel Zubereitung Die Fischkargaßen gut waschen, um alle EVT, vorhandenen Blutreste zu entfernen, die den Fond bitter machen würden. Werden Fischköpfe verwendet, die Kiemen restlos entfernen und die Köpfe sehr gründlich waschen. Alle Zutaten auf dem Feuer kalt aufsetzen und maximal 20 Minuten, sonst wird der Fond leimig und tendenziell bitter ohne Deckel köcheln lassen. EVT Entstehenden Schaum mehrmals abschöpfen Durch ein Feinsieb in ein vorbereitetes, sauberes Gefäß abgießen. Will man den Fond ganz klar haben, legt man das Sieb mit einem Passiertuch aus und filtriert auf diese Art die Kochflüssigkeit. Noch einige Tipps Im Kühlschrank ist Fischfond einige Tage haltbar. Diese gehaltvolle Soße in kleinen Portionen einfrieren, Typ Eiswürfel. Um einer beliebigen Soße einen gewissen Charakter zu ermöglichen, eins bis zwei dieser Würfel hinzufügen. Diese Varianten gibt es Zwiebel und Knoblauch mit etwas Butter anschwitzen, bis sie weich, aber noch nicht bräunlich sind. Das verkürzt die Garzeit, macht den Fond aber etwas trübe. Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit! Untertitelung des Zubereitung Untertitelung des ZDF, 2020